Hallo. Wer ist da? Stella, bist du das? Hans? Ja, ich bin's. Hi. Hey. Hab ich dich geweckt? Nein. Ich hab nur ein bisschen wenig geschlafen. Verstehe. Was ist, teilen wir ein paar Kilometer? Nein, ich bin noch nicht so weit. Verstehe. Okay, vielleicht sehen wir uns heute Abend. Ja, vielleicht. Stella? Was ist? Willst du meine Isomatte? Meine Isomatte? Willst du die haben? Man hat mir gesagt, das ist der Rolls-Royce unter den Isomatten. Du kannst die bestimmt besser gebrauchen als ich. Ich schlepp die nur als Dekoration mit mir rum. Machst du Witze? Nur für Geld. Vielleicht schläfst du dann ja auch besser. Mach's gut. Wir sind alle Guys. Wir gehen und gehen. Geht ihr mein Telefon? Nein. Ich weiß nicht, aber noch mal. Dann geht's thermikation. Dann gehen wir wieder. Dann gehen wir hin? Ja.